Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und so wollte ich euch heute zeigen, wo ihr die Bonus-Draws bekommen könnt für Battle for Azeroth. Denn ab heute, den 5.9. ist quasi der erste Raid Uldir in BFA freigeschaltet und auch die Mythic Plus Instanzen könnt ihr jetzt laufen. Und was braucht ihr dafür? Natürlich Bonus-Draws, um mehr Loot rauszukriegen. Und wir können uns jetzt zwei Bonus-Draws holen. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Boralos und hier in einem Gebäude, wo der Transmog-Händler ist, auf den Koordinaten 71, 13. Und dann könnt ihr den Typen hier anquatschen und ja, bekommt dann dementsprechend zwei Bonus-Draws. Mehr könnt ihr euch nicht holen als zwei. Also ihr seht, hier haben wir diese Siegel und ja, mehr geht leider nicht. Fünf kann man maximal haben, also sprich, ihr könnt zweieinhalb Wochen die stacken und dann müsst ihr sie ausgeben, sonst seid ihr am Cap. Davor war es ja immer drei und ich glaube, das Cap waren zehn. Also ich finde ein bisschen blöd, dass man nur zwei kriegt, aber es sind halt auch ein bisschen weniger Bosse, die man im Raid hat. Es sind, glaube ich, nur, jetzt zählen wir mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also es sind nur acht Bosse von dem her, ja, geht es. So, das Gleiche gucken wir jetzt nochmal auf der Horde gucken. Da habe ich es ja nämlich noch nicht eingelöst. Und zwar haben wir hier den Händler unten am Hafen, auf den Koordinaten 53, 88 und da können wir uns das auch einmal angucken. Wie das genau funktioniert, ist bei der Horde natürlich genauso wie bei der Allianz. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, uns die Siegel zu holen. Ganz klassisch über Gold. Ihr zahlt 2000 Gold für ein Siegel. Das ist ganz schön teuer. Und wenn wir das machen, kann ich euch das mal zeigen, 2000 Gold, dann zahlt ihr für das nächste 5000. Also theoretisch könnt ihr hier 7000 Gold ausgeben und habt eure zwei Bonus Royals. Dann gibt es die Möglichkeit, hier die Ehrenabzeichen abzugeben. Das sind diese PvP-Abzeichen, die ihr durch BGs, die Towerquests und allem möglichen PvP-Kram kriegt. Und dann könnt ihr noch Kriegsressourcen abgeben. Ich habe mit dem Hordenscher keine Kriegsressourcen mehr. Gold habe ich auch wenig, deswegen werde ich jetzt hier mal eine Ehrenabzeichen einsetzen. Und ja, da sieht man es, habe ich auch mit dem meine zwei Bonus Royals. Und ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Was ich vielleicht nur zu erwähnen habe, Warfronts sind auch offen. Also sprich, die kann man jetzt auch spielen, sowohl Allianz als Horde. Eine kann die Warfront spielen, die andere quasi das Zeug außenrum. Deswegen sind da unten auch ein Haufen Quests bzw. Dailies. Aber wie gesagt, wenn ihr dahingehend Interesse habt, werde ich heute noch zwei Videos basteln, die dementsprechend sowohl die Allianz-Seite als auch die Horde-Seite ausführlich einmal zeigen. Wenn ihr da reinschauen wollt, macht das gerne. Und sonst werde ich wahrscheinlich heute Nachmittag noch ein bisschen oder heute Abend den Raid streamen, wenn ihr da Bock habt, einfach reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!